So, wir fahren jetzt die Tro, ja, das ist die Holzabwehrbahn hier im Park. Wir machen ein kleines On-Ride-Video. Gib ihm! Wir machen das! Oh, je... Fuck! Woaah! Wauw! Wauw! Fuck, komm! Wauw, leck dich im Arm! Wauw! 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 Wieso kriegst du eigentlich nur du was? Wieso kriegst du eigentlich nur du was?